Dann kannst du dein linkes Bein aussprechen. Wichtig ist, dass die rechte Fußsäule dann auf dem Boden ist, damit die Hörbensäule gerade ist. Entweder mit beiden an den linken Beinen oder so. Umfasse deine Knie, strecke deinen rechten Arm nach oben, dreh dich nach rechts, schütze dich ganz leicht oder mach das auf deine Art und Weise. Bleib offen in deiner Vorstellung zum Himmel energetisch. Asatoa Satgavaya Asatoa Satgavaya Asatoa Satgavaya Asatoa Satgavaya Asatoa Satgavaya Asatoa Satgavaya Schließe die Augen, genieße diese Flexibilität und der Wirbelsäule in deinen Geister. Schließe die Augen, genieße diese Flexibilität und der Wirbelsäule, ohne die Bedeutung dieser Mantra. Schließe die Augen, genieße diese Flexibilität und der Wirbelsäule, ohne die Bedeutung dieser Mantra. Schließe den ersten Arm nach oben und drehe ihn nach vorne. Entweder geh direkt in die Himmel an der Stellung oder streck die Beine zuerst oder die Linse nach rechts. Die Linse ist ganz und ganz gut. Ich stehe den lieben Arm, das ist ein Träger in der Mensa. Ich gehe in die Stehung unter eine Arbeitsweise. Ich stehe wieder die verbundenheit von der Apostelischen Energie. Ich stehe den lieben Arm, das ist ein Gehaltes Leben und ein Gehaltes Wissen. Um Sterblichkeit zu Unsterblichkeit. Ich stehe den lieben Arm, das ist ein Gehaltes Leben und ein Gehaltes Leben. Ich stehe den lieben Arm, das ist ein Gehaltes Leben. Das ist ein Gehaltes Leben. Die Gäste ist, dass du mit dem Geist und dem Geist und dem Geist und dem Geist und dem Geist. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK